Hey, hier ist René. Ich begrüße dich nach längerer Zeit mal wieder zu einem Programmierungstutorial im Metatrader 5. Ich habe mir gerade mal Gedanken gemacht und, glaube ich, eine ganz coole Idee gefunden für eine Idee, was ich auf dem Kanal noch nicht gezeigt habe und was sicherlich spannend ist. Und zwar möchte ich zeigen, wie man zwei verschiedene Währungspaare oder Indizes gleichzeitig auswerten kann, um dann zwei nach Möglichkeit irgendwie positiv oder negativ korrelierte Paare oder Indizes auswerten kann und wie man dann auf deren Bewegung hin handeln kann. Im Genauen möchte ich quasi zum Beispiel mal zeigen, wenn man jetzt hier zum Beispiel den DAX und den US-30 hat, dann möchte ich hier zum Beispiel prüfen, ob der eine jetzt gestiegen ist, während der andere gefallen ist, um dann den gestiegenen zu verkaufen und um den gefallenen zu kaufen und darauf zu wetten, dass die sich wieder annähern. Und ja, das ist ja eigentlich relativ realistisch, dass sie sich irgendwie wieder annähern, weil es ja beides Indizes von, äh, große Indizes sind, die ja in der Regel immer gleich laufen oder ähnlich laufen, weil wenn die gesamte Weltwirtschaft gut läuft, dann läuft sowohl der DAX für den deutschen Index gut als auch der US-30 in Amerika. Und von daher ist das erstmal so die Grundüberlegung. Und da möchte ich jetzt zeigen, wie man das in MetaTrader 5 in einem Expert Advisor, also in einem vollautomatisierten Handelsprogramm, umsetzt. Ähm, dabei versuche ich das Ganze so einfach wie möglich zu erklären im, ähm, MetaEditor, wo man automatisierte Handelsprogramme schreibt. Ähm, damit wir damit starten können, musst du als erstes hier oben links auf dieses kleine Buch klicken oder du gehst auf Extras, MetaQuotes, Language Editor und dann öffnet der sich auch direkt. Das sollte so oder so ähnlich aussehen. Auf der linken Seite hast du dabei den Navigator, ähm, da wo die ganzen Expert Advisor angezeigt werden. Und damit wir da einen neuen erstellen können, müssen wir hier oben erstmal auf Neu klicken, ähm, und dann können wir hier einen Namen vergeben, äh, Korrelations-EA. Ich weiß jetzt nicht, ob Korrelation mit 1 oder 2 R geschrieben wird, aber ich schreibe es jetzt einfach mal so. Du weißt, was gemeint ist. Und genau daraufhin kriegen wir hier im Navigator auch direkt schon den neuen Expert Advisor. Und den sehen wir jetzt auch hier tatsächlich sofort schon, ähm, bei den Experten, wenn wir das Ganze mit Rechtsklick einmal aktualisieren. Ah, beziehungsweise noch nicht, dazu muss ich es einmal kompilieren. Und jetzt taucht er hier auch direkt auf und den könnte ich jetzt so tatsächlich schon aktivieren. Das heißt, der Expert Advisor existiert schon und hat aber jetzt natürlich noch keinen sinnhaften Programm-Code, sodass der jetzt einfach gar nichts machen würde. Das können wir aber ganz schnell ändern. Und zwar möchte ich als erstes hier mal, ähm, diverse Zeilen rauslöschen, weil die alle für uns nicht relevant sind. Diese grau hinterlegten Zeilen, das sind immer einfach Kommentare, ähm, die keinen Einfluss haben auf das Programm, sondern einfach nur da sind, um dem Programmierer, also dir und mir, zu zeigen, ähm, was hier passiert. Das heißt, ich könnte jetzt hier irgendwelche Informationen reinschreiben, damit ich meinen Programm-Code später besser verstehe. Da habe ich oben noch ein paar Properties gelöscht. Das sind, ähm, ja, Informationen, die zusammengefasst einfach hier angezeigt werden, wenn man das Ding startet. Ist aber auch völlig irrelevant für die, ähm, Entwicklung von dem Programm. Was wir jetzt als erstes mal machen müssen, ist, ähm, dass wir uns hier das Grundkonzept, was hier noch steht, von diesem Expert Advisor anschauen. Und zwar bleiben hier jetzt nur drei Funktionen stehen, die, ähm, bei bestimmten Ereignissen getriggert werden. Ähm, ich habe das schon mal in verschiedenen anderen Tutorials erklärt, aber ich kann hier noch mal ganz kurz erklären, was die einzelnen Funktionen machen. Dazu schreibe ich in jede der Funktionen noch mal einen weiteren Funktionsaufruf. Und zwar, ähm, rufe ich da die, äh, Print-Funktion auf. Und diese Funktion, ähm, sorgt einfach dafür, dass ein bestimmter Text ausgegeben wird im Expertenjournal. Und zwar möchte ich in der OnInit-Funktion das Wort OnInit ausgeben, in der OnDinit-Funktion das Wort OnDinit und in der OnTick-Funktion das Wort OnTick, beziehungsweise das habe ich gerade noch rauskommentiert, sodass das nicht passiert. Und jetzt werde ich einfach mal den EA aktivieren. Dazu mache ich mir hier, ähm, das Expertenjournal schon mal auf und aktiviere den jetzt hier im DE30Cash, also im DAX. Und du siehst jetzt hier, direkt bei der Aktivierung kommt die Textausgabe OnInit. Das liegt daran, weil diese Funktion immer bei der Initialisierung von einem Expert Advisor aktiviert wird. Das heißt, sobald ein EA auf den Chart gezogen wird, wird diese Funktion einmal aufgerufen vom Metatrader, wenn man so will, und daraufhin wird alles das, was hier drin steht im Körper der Funktion, welcher gekennzeichnet wird durch diese geschweiften Klammern, da wird alles ausgeführt, was hier drin steht. Und zwar steht hier zum Beispiel unser Print Statement, wo ich dann OnInit ausdrucken möchte. Ich kann das auch ändern, damit du siehst, dass das hier alles Hand und Fuß hat. Wenn ich hier zum Beispiel OnInit und dann diese Zeichenfolge hier schreibe, dann wird auch das hier ausgegeben bei der Aktivierung von dem EA. Du siehst jetzt hier, bei der Kompilierung wird, also wenn ich hier oben auf Kompilieren drücke, was im Endeffekt einfach dafür sorgt, dass aus unserem Quellcode eine ausführbare Datei erstellt wird, die dann ja hier läuft. Wenn ich das mache, dann wird der EA einmal deaktiviert und neu aktiviert. Deswegen siehst du hier auch immer, dass hier zwischendurch einmal immer OnInit steht. Und das ist nämlich genau das, was hier in der OnInit-Funktion ausgegeben werden soll. Du wirst dir wahrscheinlich schon denken können, wann diese Funktion aufgerufen wird. Und zwar wird die immer dann aufgerufen, wenn der EA deinitialisiert wird, sprich auf deutsch oder auf normal menschlichen Sprache übersetzt. Bedeutet das so viel wie, wenn der EA in irgendeiner Form deaktiviert wird. Das kann permanent sein. Wenn ich den zum Beispiel vom Chart nehme, dann siehst du hier, wird auch wieder OnInit geschrieben. Oder das kann auch nur temporär sein, wenn ich zum Beispiel die Zeitanheit ändere. Wenn ich die Zeitanheit ändere, siehst du hier, es wird immer sowohl die OnInit-Funktion als auch die OnInit-Funktion aufgerufen. Das liegt daran, weil immer dann, wenn der, ich kann auch hier das nochmal verändern, wenn der Chart gewechselt wird, dann wird erstmal der EA quasi auf dem alten Chart sozusagen deinitialisiert, beziehungsweise die Funktion wird aufgerufen und auf dem neuen Chart wird er dann aber sofort wieder initialisiert. Das hat im Hintergrund noch ein paar Prozesse, die da ausgeführt werden, weshalb das so ist, hat aber für uns jetzt erstmal nicht die absolute Relevanz. Ich möchte hier nur einmal zeigen, was die Funktionen im Einzelnen sind. Als letztes bin ich jetzt noch die OnTick-Funktion schuldig geblieben und die hatte ich erst auskommentiert, weil die nämlich deutlich öfter hier ausgeführt wird. Und zwar siehst du hier, das kommt hier unregelmäßig immer mal wieder rein und zwar immer dann, wenn sich hier, ich hoffe, man kann das hier sehen, der Preis bewegt. Das heißt, wenn da ein Tick ist, wie der Name der Funktion quasi schon sagt, dann wird diese OnTick-Funktion aufgerufen. Und genau, die wird also bei jedem Tick aufgerufen, ist deswegen üblicherweise die Funktion in einem Expert Advisor, die man am häufigsten nutzt, beziehungsweise wo man quasi die Programmlogik unterbringen möchte. Und was wir hier jetzt in der OnTick-Funktion zum Beispiel machen können, ist, dass wir als erstes einmal den Preis von unseren beiden Symbolen hier erhalten, mit denen wir arbeiten wollen. Dazu können wir zum Beispiel eine Double-Variable, Preis 1 hier, deklarieren und können der jetzt den Preis 10 geben und eine Double-Variable, Preis 2, da geben wir zum Beispiel 20 rein. Oder ich schreibe hier noch hin, Preis 1 und 2, was für Symbol oder Symbol steht. So, wenn ich das jetzt so mache, dann können wir auch diese Sachen hier natürlich wieder ausgeben. Ich gebe hier Preis 1 aus und mit einem Leerzeichen getrennt auch den Preis 2. Das wird jetzt hier immer 10 und 20 sein, logischerweise, weil ich das als harte Zahlen hier quasi in den Code geschrieben habe. Da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das nicht 10 und 20 ist, sondern dass das hier einmal der Preis von dem DAX ist und das andere einmal vom Dow Jones. Wie das geht, zeige ich gleich. Ich gehe noch einmal kurz darauf ein, was ich hier gemacht habe. Und zwar mit der Deklarierung einer Variable. Das ist im Endeffekt das, was ich hier mache. Double-Variable. Das kann ich so kompilieren, das gibt keinen Fehler. Und das hier würde im Endeffekt dafür sorgen, dass irgendwo im Arbeitsspeicher, also irgendwo da, wo Platz ist, der Arbeitsspeicher ist ja im Endeffekt einfach nur in deinem Computer oder in deinem Laptop irgendwo, gibt es ja diesen Arbeitsspeicher. Und der ist dafür gedacht, dass alle möglichen Programme, die auf deinem Computer ausgeführt sind, dort Werte zwischenspeichern können. Der heißt Arbeitsspeicher, weil die Werte, die da drin gespeichert sind, üblicherweise für laufende Programme genutzt werden und dort auch ständig abgerufen, gespeichert und verändert werden. Das ist ein bisschen anders als die Sachen, die auf der Festplatte wirklich in zum Beispiel Textdateien oder so gespeichert werden, weil die in der Festplatte sollen da ja üblicherweise länger stehen. Und die im Arbeitsspeicher werden erstmal nur genutzt, um für laufende Programme verwendet zu werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Double-Variable hier erstelle, dann können wir mal in die Dokumentation schauen. Die habe ich jetzt aufgerufen über F1. Wenn ich hier auf das Wort Double klicke, dann kommen wir auch direkt hier in die Dokumentation zu dem bestimmten Eintrag. Und hier steht jetzt zum Beispiel die Größe von so einer Double-Variable in Bytes. Ein Byte besteht aus 8 Bits. Und die habe ich jetzt hier mal versucht, so ein bisschen aufzuzeichnen. Wenn ich hier jetzt quasi immer ein Byte quasi in dieser Form darstelle, dann müsste ich jetzt hier zum Beispiel 8 Stück von diesen Dingern machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das könnten jetzt zum Beispiel dann diese 8 Bytes sein im Arbeitsspeicher, wo jetzt diese Variable hier platziert wird. Und der Rechner weiß dann einfach, dass immer wenn wir uns auf diese Variable hier beziehen, dass er dann auf diese Stelle im Arbeitsspeicher schauen muss. Und dann schaut er da einfach, welche Zahl dahinter liegt ist im Binärcode. Und daraufhin wird er dann einfach wissen, ob das jetzt zum Beispiel eine 10 ist oder eine 20 oder so. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie ich mir das auch persönlich immer gut erkläre, was eine Variable ist und was sie macht. Und das ist eigentlich relativ logisch. Und deswegen können wir dafür sorgen, dass wir über die Deklaration einer Variable dem Rechner sagen, dass unser bestimmtes Programm hier, das ist in dem Fall der Korrelations-EA, jetzt einen Platz von 8 Bytes braucht, um da nämlich einen Wert zu speichern. Das haben wir hier nicht einmal gemacht, sondern zweimal. Einmal für die Preissymbol 1 Variable und einmal für die Preissymbol 2 Variable. Und an diesem Platz haben wir auch schon diese Dummy-Werte 10 und 20 direkt gesetzt. Das heißt, wir haben ihm gesagt, an dieser speziellen Stelle im Arbeitsspeicher hinterlegen wir bitte den Wert 10 und an dieser anderen speziellen Stelle im Arbeitsspeicher hinterlegen wir den Wert 20. Deswegen können wir auch hier auf diese Werte zugreifen, weil wir hier einfach sagen, druck bitte das aus, was im Arbeitsspeicher an dieser Adresse steht, Preissymbol 1 und an dieser Adresse Preissymbol 2. Und genau, soviel zur Erklärung von diesem Programmcode. Jetzt wollen wir aber nicht einfach nur 10 und 20 ausgeben, sondern wir wollen ja den Preis erhalten von diesen entsprechenden Symbolen. Da gibt es eine ganz einfache Funktion und zwar nennt die sich Symbol-Info-Double. Ja, Symbol einfach für Symbol, Info für Information und Double, weil wir eine Double-Information von diesem Symbol erhalten möchten. Also ein Double-Wert oder eine Double-Variable ist immer eine Kommazahl. Das heißt zum Beispiel 1,338 oder halt ein entsprechender Preis, der auch immer oder üblicherweise mit Nachkommastellen angegeben wird. Und hier kann ich jetzt einfach angeben, welches Symbol wir denn hier referenzieren möchten. Da kann ich zum Beispiel hier .de30Cache nehmen. Das heißt, ich gehe hier einfach in meinen Quellcode rein, schreibe hier .de30Cache rein und das ist dann das Symbol und das ist auch der erste Parameter dieser Funktion Symbol-Info-Double. Wenn du dir zu der Funktion noch mehr durchlesen möchtest, dann klicke einfach wieder auf F1 und lies dir hier den entsprechenden Beitrag in der Dokumentation durch. Du siehst hier, dass neben dem Symbolnamen noch ein weiterer Parameter für diese Funktion gefordert wird und zwar ist das der Identifikator der Eigenschaft. Wenn du hier mal ein bisschen weiter liest, dann siehst du hier, dass du einen Link hier findest, auf den du klicken kannst und dann siehst du alle möglichen Identifikatoren. Das heißt, du kannst hier ganz genau nachlesen, was für einen Wert du über diese Funktion hier erhalten möchtest. Zum Beispiel kann ich hier sagen Symbol Bit. Das heißt, ich schreibe hier einfach Symbol Bit und daraufhin erhalte ich den Bit-Kurs für dieses angegebene Symbol. Wichtig ist immer dann, wenn wir ein Symbol oder irgendeinen Text angeben, muss das in Gänsefüße gesetzt werden. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann sehen wir jetzt hier, dass nicht mehr 10 ausgegeben wird, sondern immer der aktuelle Preis von unserem Symbol, was wir angegeben haben. Das Ganze können wir natürlich nicht nur für den DAX machen, sondern das können wir auch hier. Infodouble für US30 Cash für den Dow Jones machen. Achtung, ganz wichtig, wenn du das nachprogrammierst und das einfach abschreibst, dann kann es sein, dass das bei dir nicht funktioniert. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass die Symbole bei dir einfach anders heißen. Da das CFD-Produkte sind, können die bei jedem Broker anders heißen. Ganz oft heißen die zum Beispiel DAX30 oder einfach nur DE30 oder sonst was. Also setze hier auf jeden Fall den genauen Namen, also die genaue Schreibweise von dem Symbol ein, von welchem du den Preis oder den aktuellen Kurs erhalten möchtest. Und dann sieht jetzt hier, der schreibt jetzt hier ganz schön immer vom DAX und vom Dow Jones den Kurs nebeneinander. Und ja, so macht man das im MetaTrader 5. So kann man mit verschiedensten Symbolen innerhalb von einem Expert Advisor arbeiten. und das reicht auch eigentlich schon für diesen ersten Teil. Ich werde im nächsten Teil dann mal darauf eingehen, wie wir jetzt wirklich am Tagesanfang uns den Tagespreis speichern und wie wir dann schauen, ob jetzt der Preis innerhalb des Tages um x Punkte abgewichen ist bei diesen beiden Symbolen. Und daraufhin können wir dann die Handelsstrategie umsetzen. Also schau auf jeden Fall beim nächsten Video wieder rein. Das kommt dann in zwei, drei Tagen auf dem Kanal online. Bis dahin. Ciao. « up» « up» Vielen Dank.